Dann schnappen wir uns jetzt mal die Monty Montana. Okay. Bin ich gut? Die hat auch noch nicht so viel von mir bekommen. Hauptsache die Washington macht da erstmal Radar an. 7,5 Nice Radar. Ne ist bezahlt denkt er sich weißt du. Ja klar. Erstmal den falschen Knopf drücken. Ey ey Montana. Wer hat gesagt, dass du zurückschießen darfst. Brennen sollst du brennen. Klong klong. Einen Turm hat er kaputt gemacht, der Sack. Oha, er ist voll der Turm zerstört. Voll der Destroyer. Aber ich hab noch drei Türme. Na komm, na komm. Ja brennt für mich. Ja brennt für mich. Ja fein hast du das gemacht. Du rennst ja rüber zu ihm und machst das dann um den Köpfchen. Der schießt zurück. Der schießt zurück. Nooo. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Wir haben eine Momente des Todes.